So Leute, ich wollte euch hier mal mein Auto zeigen, das ist ziemlich geil. Ich für meinen Geschmack finde es etwas zu groß, deswegen werde ich mir vielleicht bald ein neues holen. Ich hätte gerne ein kleineres. Ich steige jetzt erstmal ein und dann machen wir mal eine kleine Spritztur zusammen. Ja, ich werde mir wohl ein neues Auto leisten müssen.